Heute machen wir hier die Farbische Konefost. Jetzt machen wir hier die Farbische Konefost. Laura Hennikens kann die ERA machen live Chorst. Schalien alle Nacken an den Hohen. So eine Farbische Konefost. Und die ERA hier kommt. Die ERA machen die Höhne in der Riemach. Und die ERA machen die Höhne. Und meine Rolle mit dem Höhne entsprechend geht. Hier haben wir die Farbische Konefost. Die ERA machen die Höhne ein. Die ERA machen die Höhne. Hier haben wir hier die Höhne. Das wird gut aus der Riemach. Und das ist der erste Angele. Wie ist die Schraubach? Ja, das ist der erste Angele. Die Schraubachs sind wütend und die berühmete. Die Schraubachs sind wütendlich. Sie haben die Schraubachs in den nächsten Angele. Also ist der Schraubachs. Die Schraubachs sind wütendlich aus der Köln. Und die Mule ist nach die Tessels. Sie haben sich über die Treibung von Glanocad gehalten. Sie haben sich nicht das auf der Tessels gefangen. Sie haben sich die Treibung von der Tessels. Sie haben sich nicht die Tessels zu ver�rehen. Ich habe die Beziehung von den Beruhig-Güttiag und ich habe die Beziehung von den Beruhig-Güttiag. Und ich habe mich nicht mehr auf dem Beruhig-Güttiag. Ich habe mich nicht mehr auf den Beruhig-Güttiag. Das war's für mich. Und das ist auch nicht so, dass das Bedeutung von uns nur ein Abstand haben. Sie haben auch noch die Hüse-Alle-Alle-Allege, die Hüse-Allege ausgerührt. Wie kann man das Bedeutung von uns tun? Ja, das ist auch schon ein Abstand von uns. Aber was ist hier für Sie der Bedeutung von uns? Sie haben eine Basketball-Date an das Lora, die Untertitel von Laura, die er von der Köln und ihren Thrusse. Sie haben ihn mit einem anderen Untertitel von Laura, die er der Bühne ausgedacht. Sie haben eine Karte aufgestellt, die sich dabei von der Köln aufgenommen hat. Sie haben eine Karte, aber ich glaube, dass sie sich in die Bühne ausgedacht haben. Sie sind eine Karte, die ich mit der Bühne ausgedacht habe. Das war die Zahl an der Hör. Und es war die Träpfle-Trofe mit Laura, mit ihm zu bekommen. Am Ende war die Zahl an der Hör. Ja, und es war die Zahl an der Hör. Sie haben nicht alle, wie sich die Zahl an der Hör. Sie haben nicht alle, die Zahl an der Hör und die Zahl an der Hör, sondern dann war sie. Das ist eine große Rolle. Sie sind die Lora und die Ehrer-Iranu. Sie sind die Köln-Gehl-Attung. Sie sind die Köln-Gehl-Attung. Sie sind die P-S-A-T-A-T-A-T-A-T. Sie sind die P-S-A-T-A-T. Sie sind die P-S-A-T-A-T. Sie sind die P-S-A-T-A-T. Sie sind die Hilfe da, sich die P-S-A-T-A. Es ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. die hier ist wohl krisch anna kohlen kohlen ja kichnick mickle kylora ja kohlen er kohlen mule he schnitt kohlen ...und er ist viel, dass Sie die Stoß zusammen spielen können. Sie werden mit der Stoß-Greggung auf dem Geiss zurückstattet. Entweder man die Stoß-Greggung in der Stoß. König habe ich die Stoß-Greggung in der Stoß-Greggung. Wie sieht er aus von der Stoß-Greggung aus? Danke! Uwe diese, die miedo haben wir noch in das ... ... und der eine Wettbewerf. Schiff ist die eine Frage. Hier ist sie erst einmal an. Hüchtern zu verabschieden. Sie können auch die Wettbewerbung verabschieden. Sie können auch die Wettbewerb ein, dass sie die Wettbewerb auf die Wettbewerbung aufbauen. Well, er hat die Kett, umhä was, ach, mich össer Lidje, ach, hat gemein soch geir. Ach, in der Sinne, rea, nach, biad, doch begann Dreev asio. Ha, in der Strau, in der Suus, in der Kloos, in der Asch, satt, gemein, anach geirr a Kett. Ei, anach geirr a Kett. Ei, anach geirr aas, nach Elat, och geirr. So. Lohra. Ege Sera, die doch, äh, Knobbrochen gestiach. Lohra. Gloos, anach ge tall. Anach. Lohra. Ege Sera, hat, uh, hat glosat, erfuulav kuse, geirr aayunan, te myhill, niveelach. Rvur, hüyd, ha, ha, harryanach, geirr, gnagach, naga. Anach. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Lohra a Gazeera, dich 1, Januarhassen? Ja. Dwenni ngana, ich nESS. Unschweig Jäisphäin – Dahlpoinkon, Dahlpoinkon, Dahlpoinkon. Ja okayo, C9, Geisen, ag nishe, Dahlpoinkon, Dahlpoinkon. Dahlpoinkon, Dahlpoinkon, H725, Dahlpoinkon 2019, Dahlpoinkon,brainzettel Mk hastige Kullg friend of medre questa. Dahlpoinkon, Dahlpoinkon, Dahlpoinkon. Ich bin nicht klar. Ich bin nicht klar. Ich bin nicht klar, ich bin klar. Ich bin nicht klar. Ich bin nicht klar. Sie sind nicht klar, Herr Hönnekentz und Ehre. Sie sind nicht klar. so she worked well, because she's quite young and she really tried her best and I had to give her lots of commands all the time. But she kept calm and cool the whole way so I was quite happy with that.